Sie sind jetzt schon hochverschuldet. Sie haben nicht die von Banken verlangten Sicherheiten. Ich will ganz offen sein, in Ihrem Alter ist es fast unmöglich, etwas für Sie zu finden. Mein Enkelsohn ist todkrank. Ich brauche Geld. Kannst du Männern einen runterholen? Was? Einen runterholen. Das ist der Deal. Einstiegsgehalt 600 die Woche. Das erste Mal ist immer furchtbar feindlich, aber danach wickst du wie ein Weltmeister. Jesus Maria. Eine Arbeit wo? Maggie kann doch gar nichts, oder doch? Ganz locker. Und los. Sehr zarte Hände. Maggie! Wo willst du denn hinfahren? Du kommst mich gar nicht mehr besuchen. Weißt du, ich habe viel zu tun, Mister. Ich muss doch zusehen, dass es dir bald besser geht. Zu Hause bist du Maggie. Du putzt, du wäschst ab. Die ganze Scheiße. Aber hier, Irina! 640. Du bist gut. Du kannst richtig Geld machen. Ah! Sie sollten öfter lächeln. Ich hole Männern einen runter. Mickey sagt, ich habe die beste rechte Hand in London. Ich bin Irina Porn. Ich bin die Beste. Sie sind einige davon. Also sind sie... Groß? Ja. 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 Ja.